Liebe Zuseherinnen und liebe Zuseher, 1. August, wie spät ist es jetzt? Naja, es wird so 5.45 Uhr sein, Sonne sollte demnächst aufgehen und wir sehen hier jede Menge Trails, die sich bereits ausdehnen. Hier überall sehen wir diese Streifen, die sich wie gesagt in weiterer Folge ausdehnen. Auch hier alles komplett verschmiert. Also das heißt, es müssen mindestens, schwer zu schätzen, 50, 60 Überflüge gewesen sein, Minimum. Sieht man hier sehr schön, die einzelnen Streifen hier, die richtig Schicht für Schicht aufgetragen wurden. Ja und wie ich im ersten Video schon erwähnt habe, die Temperaturen sind auch heute deutlich höher als sonst in den letzten Tagen. Naja, wir haben wieder La Grande Schmirage. Alles zugesprüht. Offensichtlich ist Ihnen der heutige 1. August sehr, sehr wichtig. Und immer wenn Sie große Angst haben, dann haben wir große Sprühungen. Ende. Ende. Und jetzt auch hier. Nachdem die Verste. Untertitelung des ZDF, 2020